was geht ab youtube und einen wunderschönen digital kanal zuschauer und abonniert wir spielen heute durch den wildland zusammen mit dem mac manus ich bin hitcher und die jury vom pc hallo leute moin außer außer manus der ist von mac manus.de ich bin von was bin ich von mac manus.de ja viele bäume da hinten gibt es eine waffe aber ich glaube es ist nur ein bisschen wenn man die kühe hier aufschrecken heute gibt es schnitze der jetzt schon wieder qualmt der hirn also irgendwie kommst du immer unter die kuf oder was ich glaube ich komme in den rotor dran ok da kann man schon mal bewusstlos sein ich mache den ja nur kaputt wenn wenn auch wirklich ein neuer da ist na würde ich noch mal so sagen ok muss so machen wenn du ein paar chicken nuggets haben hier ist eine komplett neue waffe alter wow fühl ich sie ernsthaft jetzt eine m1911 alter ich war mit opa chicken nuggets am wachen das habe ich nicht mitbekommen so störe dich alter erst noch die augen so dabei verdrehen als das wie mal bei meiner freundin ich kann nicht richtig gas geben weil er dann immer nach unten geht das ist echt belastend wasser hier ist das sieht manchmal einfach nicht hoch ich weiß nicht warum komisch also die flug eigenschaften des helis sind manchmal etwas strange also nach vorne zu fliegen und zum berg hoch ist es ist nicht persönlich getroffen aber ja eher der nervöse typ glaubt ihr er läuft weg oder so geht nicht er hat hier familie und kann man vor dem kartell weg laufen also ist der nervös und verliert die nerven oder macht fehler entweder schaltet ihn das kartell aus oder er schießt sich selbst ins bein el emisario läuft die zeit davon der gerade zugrunde hat den schuss los komm hurdi warte ich nicht du bist zu nah ja 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 glaub nicht ja ja ach mä äh Vorsicht, Auto geht gleich hoch. Das ist ja alles was hier, ne? Welcher Pfosten war das denn? Geiler, das ist automatisch explodiert. Das Auto ist explodiert. Oh, der geht auch hoch. Oh, weg hier. Ja. Na gut, da oben ist ja direkt ein neuer. Wie er sich da hinten reinlegt. Aber hier oben sind noch ein paar Leute. Komm hier, aussteigen, Leute. Sind denn schon Spaß? Ja, lol. Holt nicht. Nein, ist das euer fucking Jans? Verluste. Die Tankstelle ist mal hoch. Tankstelle ist explodiert. Der Hubschrauber ist sowas von im Arsch. Ach man. Ach man, das ist da echt kacke. Ja, man fährt ja auch nicht mit dem Auto da Kamikaze rein. Warum denn? Au, 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 au. Schuss bestätigt. Alle weg. Boah, was geht jetzt? Nein. Nein. Was war das? Ich hole euch alle. Keine Sorge. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich bin explodiert. Als ich Hitsche einen wollte. Wo warst du so lange? Ja, wo warst du so lange? Das ist wohl mein Herzschirmacher explodiert, ey. Dann hier, komm, ein Offroad-Cheap. Das ist geil. Boah. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Aber wir müssen... Was denn? Äh, ist wieder schön lustig hier. Wir müssen hier runter. Boah. So, warte, da rüber gehts. Da, 3,5 Kilometer. Guck mir, hast du was anderes machen? Was ähnliches wie die Straße? Was ähnliches? Ich wusste das ja. Guck mal, Herr Rutschrauber. Hey, ihr Spastis! Nein, nein. Oh nein, nicht schon wieder. Doch, genau, schon wieder das. Oh, fuck. Ich bin Stufe 14. War voll gut, oder? Aber was habt ihr? Es hat doch voll den Körper hier drüben. Ja, war toll. What the fuck? Ich hab... Oh, Mann. Ich verstehe nicht, warum ihr immer so ängstlich seid. Oh, jetzt merkt er da. Tollerum, dafür müsst ihr auch da, Mongo. Ey, Univist. Ich krieg den Einstein-Knopf nicht. Halt die Klappe. Okay, oh, es wird dunkel. Das macht das Fliegen nicht leichter. Dann, 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 dann. So, wir haben aber sogar schon, glaube ich, den, ähm, Typen haben wir auch schon auf der Karte. Also, die letzte Mission und, äh, die Krone ist auch schon drauf. Ja, dann mal los. Ja. So, 900 Meter. Ich weiß nicht, wie weit wir ran können. Den benzinischen Versorgungsblablabla. Ja, Spezialtransport. Das ist komisch hochzukommen. Oh, Uni Dattenstaat. Oh, hier rechts kommt es. Oh, das ist gar nicht gut hier. Wir haben den Truck kapern und nichts wie weg. Verstanden. Geh einfach mal hier runter. Weil da hinten rechts kann man auch hoch. Ihr könnt ja oben drüber fliegen, einer springt ab, steigt den Truck. Okay. Pass auf, ich hab ne viel bessere Idee. Keiler denkt davon, dass wir Haupteingang kommen. Sollten Haupteingang kommen. Ja, hier, äh. Direkt an vorne, ja. Okay. Am besten noch klopfen. Alle mal stehen bleiben. Es hat Gegner in der Nähe. Na bestimmt. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Wie ist das Passwort? Halt's Maul. Ja, alles klar. Kommen Sie rein. In der Nähe treiben sich Gegner rum. Die Drohne fliegen. Oh, Moskow. Die Drohne geskillt. Wagen mit montierter Waffe. Das Schuss ist genau da. Scharfschütze, holen Commardee. Kann ich den Scharfschütze holen? Wohl. Das Ganze arriere-wellige. Ich hab mit den Drohen unterwegs. Scharfschütze. Ich hab mit den Drohnen unterwegs. Scharfschütze. им? Ich hab mit dem. induben. Scharfschütze. Ich hab mit dem Hof. Mega Ben love. Hast du das Paket. Geschlechter-Nll documents? Erregulatisch. Das denn als Trainer Landesaktion hanels De24-F 1978. Cham Anreslincken. einen halle ok dann sollten diese halle sprengen hier direkt ist einer sein das ist nicht so wenn du auf ihn schießt dann holt ihn wenigstens ich komme nirgendwo rein ist das euer ernst so kann man sauber machen wir waren alles klar jetzt ist aufgeschaut jetzt können wir so rein leute habt ihr jetzt mörserfeuer beantragt irgendeinen hat mir so feuer beantragt oder die ok ich bin drin übrigens ich habe einen zaun weggeschossen besser kommt hier gleich irgendwo runter alles klar ich habe den typen da mit mir so rum ballert getötet ihr habt das mini geschützt unten kommen noch drei an der straße das war hier ist der lkw übrigens wir können wir könnten den lkw ich habe den lkw aber ich bräuchte irgendwie deckung feuerschutz irgendwas keine ahnung ich bin bei dir wollen das problem ist kennen wir haben jetzt ein paket zustimmung läuft würde da kommt vor uns kommt wir sind vorsichtig was war die tür ist ich habe dir die unidats schraube kommt auch leute wie sich da reinkommen ja ja da gehen wir müssen los da kommt schon der nächste wieder könnt ihr die noch ablenken schlecht 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 das waren 50 prozent der lkw ist das können wir nicht aufbringt was ist hier los die maximale behinderung haben die ficken uns hier aber richtig krass ich meine du kannst ja auch mal aus dem lkw klotz zurück ich kann nur gerade ausschießen das packt man nicht schaffen elf prozent wir haben noch eine heli am arzt das bleibt so ehrlich gesagt nicht übrig komm schon und hat nach einrad das war irgendwie hinterher noch ausmachen ist exklusiv gleich elf prozent junge da ich komme ich fahr weiter ich bin durch Sitz wechsel Sitz wechseln ok ich bin wieder on the road b**** ich müsste Friesen zurücklassen fahr 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 Leute aber ich brauche hier Hilfe ey das ist echt von Arsch ich kann nicht mit dem Geschütz gehen kannst du oben in das Geschütz rein wie denn? hinter mir ist Unidat ich brauche hier Hilfe ja wir kommen mit dem lkw daun ja lkw fuck ey das ist der Pendel ey das ist der Pendel Junge das waren aber auch viele oder? also aber anfangen mit der Granate das war scheiße Leute hat 50 prozent des Lkw es gekostet wer der nervöse Finger am Granatwerfer ja Lappen wie gesagt das waren 50 prozent des Lkw es aber da müssen wir uns was einfallen lassen weil haben wir Minen wir müssen die Sneaky Peaky ach so haut ihr ab mit dem Lkw oder was? nein ich so bei dem Lkw sitz kommen unendlich viele Leute ja aber nur weil wir krach gemacht haben wenn wir jetzt silence reingehen dann kriegen wir das bestimmt hin kann ich über die Minen fahren? sonst zur Not nehmen wir den Wagen mit dem Geschütz sofort am Anfang mit dabei weil wir ja da vorne noch lagen nicht mal bei dem Meer Moment ich hab's schon alarmiert nein ich hab's schon alarmiert ziel Nummer 3 ich hab's schon alarmiert ein oben ein Scharfschützen defekt machen gut hab ich sooo mit maschinenpistolen sehr gut so langsam weiter noch ein scharfschützer kriegt ihr den wartet bis er steht jetzt steht lasst ihr den weg einfach rein gehen so warte mal hier links muss noch einer sein hier ist aktuell nichts für sie macht der alter das macht normales lassen rum kommen dass die anderen sehen gehen wenn wir den zweck natzen ja da stehen ja noch auf eine andere drumherum es wird schwierig hier alle zu holen muss ich sagen und dass wir auffallen lasst ihn erstmal oder sollte man nicht die oberen beim lkw ist alle weg holen wir müssen ja alle weg holen okay also ich habe hier aktuell gerade sechs ziele vor mir die stehen alle hier bei dem haus die sechale an haufen haben wir mörser einsatz welche taste war das welche taste waren denn diese verstärkungen ich überlege gerade ich weiß es gerade ja tap 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 und dann kannst du mal maus hat warte mal warte mal gehen doch gerade alle schlafen alle ruhig die holen wir uns im schlaf okay eine patrouille kommt runter hat eine snipe am turm obendauen ja aber eines hier hinten noch nicht gespottet patrouille kommt das ist kacke wenn du da auf der straße macht er mal geht er nicht rein da hat einer geschossen jetzt warum macht ihr das war das ist doch okay die sind alle weg ja das war sinnlos ich weiß nicht wer jetzt wieder reingeballert hat aber das war von poppen wer da oben ist ein mörder dieser mörser typ der mörser ist explodiert bei uns aber ich glaube die haben die wir sind das kommt die fahrzeuge was passiert hier und heli zwei fahrzeuge plus heli wir sind am arsch das macht die fahrzeuge die fahrzeuge den heli holen die fahrzeuge voll ausgestiegen die typen die fahrzeuge die fahrzeuge du kannst du nicht untenrum fahren du kannst du nicht untenrum fahren noch ein heli ja ich liege holen ja zwei helis einer dauern scheiße vier sterne ja jetzt kommt hier nicht weg kümmert sich mal bitte einer um den heli ich kümmere mich um die dat und die daten alle weg außer einer heli ist auch weg neue autos und die daten alle weg doch neues auto kommt weiter vorrücken ähm lass uns doch so ein geschützbrauch mit so einem geschützbrauch dem herfahren hätte ich hier eins hätte ich hier eins ich hab hier eins ein geschützauto ich bin down hol die unidation weg ich hole ich hole äh ja ist doch gut hä es ist warum lasst du die kache nicht einfach stehen verstehe ich jetzt aber auch nicht ja ich wollte weiter fahren Hitcha wir wollten gerade ein geschützauto holen um dich zu schützen da kommt in fünf sekunden ja aber ich wäre eh nicht losgekommen weil unten die ganze straße voll war mit autofracks warum hast du es dann versucht aber die hätten ja ja weg irgendwas keine ahnung wir brauchen so ein scheiß geschützauto ansonsten können wir gar nichts machen ja lass uns von hinten reingehen ich versuche halt auch mal von hinten geht ihr nochmal von vor wenn ihr mich aufgehoben habt wir haben Verluste wieso bist du jetzt tot der ist runtergefallen und zu ihm ja das ist bums also das ist kacke und sagt wenn ihr was macht ja das ist mit dem Auto genommen und losgefahren vorhin standen zwei autos mit Gatling ganz oben drauf ja hätten wir die jetzt gehabt dann hätten der einer vorne wegfahren können war auch voll mit den unidats beschäftigt ich hab gar nicht gesehen dass er losgefahren ist und so hättest du dich nicht beschützen können nein wir dürfen auch nicht so einen hohen verhandlungslevel haben sonst ja aber selbst wenn wir es haben es ist ja schaffbar das verhandlungslevel steigt ja umso mehr unidats wir töten ja ja umso mehr das melden kommen ja sowieso denke ich mal ne sobald du mit dem Fagen vor ich würd's grad sagen das wird gar nicht vermeidbar sein spottet mal bitte das alles hat dabei ich habe Nummer 10 haben wir alle oder was ne ganz weil guck mal die schlafen gerade alle die schlafen doch nicht doch guck doch in den Zelten rein die liegen da auf den Betten dann langsam rein da ist einer mit Maschinenpistolen der finde ich gerade nicht der schießt hier er ist tot der hätte mich gesehen der hat mich gerade gespottet ich war so okay alles klar aber der war oben wer schießt denn hier irgendeiner ballert hier oben da habe ich weg hier kommt einer oh ich über uns fliegt du unidateli ja der fliegt durch der fliegt vorbei wenn er da kommt jetzt wieder einer hier in unserem Bereich ja ja nicht schießen das sind die weg und wenn wir den davon auf der Straße wegballern dahinter der sieht den auf jeden Fall lass den rankommen hier warte ich höre den mit der Pissle erledigt den habe ich auch weg das sind jetzt nur noch die hier vorne in den Schlafen nur noch okay bin mir nicht sicher hier direkt um die Ecke ist einer ne also bitte da oben kann den Sniper einer holen den sehen wir nicht scheiße ne keine Sicht warte ich geh mal hier hoch vielleicht krieg ich den dann denk dran dass dahinter hier sind direkt ja hier oben ist noch einer im Lager okay Pitcher hat noch einen Sniper kann jetzt geholt werden freiesicht auf Sniper ja gut langsam vorrücken Hitcher machte so und jetzt er macht mal piano okay irgendwas stimmt nicht irgendwas stimmt nicht wir müssen rein wir müssen rein nur noch der Mörser und das Geschütz Schütz ist down Mörser noch Mörser noch und beim LKW ein ich hole rechts ich hole den LKW LKW down Mörser down okay ich fahr direkt los ich fahr direkt vor mit Geschütz ich brauche rein hier ja wir haben erst eine Unidad Patrouille das ist richtig gut das heißt das könnte eigentlich ausgehen Fahr los wir kommen hier nach Einladung 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 Unidad Patrouille verloren easy ja aber wär trotzdem cool wenn wir Lass Schuhe noch ein an der Schuhe hat ein Auto Falls einer kaputt gehen sollte haben wir noch einen zweiten Yo das war sauber so müsste es normalerweise laufen bisschen bisschen hügelig hier ich finde sehr Benzin oh nein oh Gott so aber ich würde sagen den LKW wollen wir den noch ab ja komm den liefern wir noch ab oder LOL noch ein paar Kilometer hohoho Ups äh so weg da ja Alter da sind doch keine Straßen hier hier müssen wir hier einmal erst die Bobs aus dem Weg räumen hier mit seinem Fiat so freie Fahrt aber die Fahrt kannst du fast als Cliffhanger für die nächste Folge nehmen kommen wir an kommen wir nicht an sieht ganz danach aus hier ist ein Konvoi ja wir geben jetzt ab ich bin das dick kaputt wieder aber habe ich keinen Bock wieder auf dem Fahrrad zu fahren überholt geile geil nur mit dem LKW schneller wie hier mit dem Auto ey ja pass mal auf den schalte ich gut fest jetzt ich würde nichts sagen aber Leute was macht ihr? glaubt ihr er läuft weg oder so? ja was machst du? äh ich muss hier links rum ja wo du fährst ach Digga halt ich ihn feste oder macht Fehler entweder schaltet ihn das Kartell aus oder er schießt sich selbst vor oder er schießt sich selbst vor oh oh wir müssen ihn uns holen und zwar gestern kommst du da raus? ey ey ohne Mist nein keine Chance bitte schieß 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 wir müssen die Wagen schützen die DAT greift das Kartell an heiße wow kriegen wir da raus Malus ich weiß doch schon wie wir müssen sich hier für Ruhe sorgen das ist doch behindert ey jetzt mal ohne Mist ernsthaft jetzt oh shit die Ovidat hat beschlossen zu kämpfen das fuckt mich jetzt grad richtig ab das fuckt mich jetzt grad richtig ab kriegen dich da raus locker bleiben oh scheiße ich komm mir nicht raus keine Chance von mir ist ne Klippe und hinter mir ist ein Container das war's Lars außer du keine Ahnung so so gucken wir erstmal Marius da raus kannst dich hinten durch den Zaun fahren und färts ey der sitzt davor aber warte wenn ich den jetzt hier hinten raus drücke wir haben Verluste lol was denn? ja hast du mich überfahren da wollte ich mich nicht da war ich jetzt? geht äh noch nicht ganz äh ich ja ich sehs gar nicht wieder raus ja nein 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 Hurensohn ey Scheiß Hurensohn Alter und die dat fecket ey jetzt erstmal Hitcher wo ist eigentlich Jui? ich hab grad schon alles gecleat wo wir hin müssen ja das ist gut dass wir hier stehen und uns das nix bringt Hitcher lebt wieder ich hol jetzt Marius komm bisschen Klinos jetzt ich hab keinen Bock nochmal von vorne abzufangen ja dann Manus wenns geht aufheben ich hab Manus frei gekämpft ich bin dran wow so jetzt halten wir die Spastis vom Leib so und rat mich nochmal volles Rohr von hinten jetzt ok Schuhe raus aus meinem LKW ne Hitcher raus aus dem Autogruppe ich fahr kein zweites Mal pass aber auf dass du nicht dagegen fährst ja geht nicht der hängt ja fest ach noch Sachen geh da raus jetzt gar nix wow ich glaub der musste von vorne mal rammen Moment warte der musste von vorne rammen damit ich den Arsch gedrungen ja ich bin doch noch rückwärts ja ich bin doch noch rückwärts aha so weiter weiter noch kein Grip aufgreifen so jetzt Alter ich krieg hier nen Flipper ja ja weiter pass auf nicht dass der Wagen explodiert leider mal der mit Schaden macht ja ja warte jetzt komm ich hier weiter so warte 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 so warte wo ist denn der LKW jetzt auch da hinten ja nochmal einmal vor und nochmal zurück dann hast du es warte schieb hinten ja 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 rutscht wieder rein und oh Gott sei Dank Alter ich krieg hier ne Macke ey ohne Mist die schlimmste Mission ever ey und warum weil Frizi mich nach runter gerammt hat und fährt mich übern Haufen du bist das du bist einfach weißt du was du bist bei mir bin ich ja du müsstest ruhen Sonnheisen ey ohne Mist ey ich sag dir eins ey wenn der Hund nicht schneller gewesen wär ich dein Vater ey Poli geht ins Joffnerland ok wer den Deck Moderia bitte wursche Sachen sage die nicht auf Band sein sollen ja Frizi cool meine Liebe Leute wenns euch gefallen hat das Liken vergessen ihr sagt tschüss 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 und bis zum nächsten Mal haut rein Leute tschüss 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 tschüss